hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play pokum bladi platin falls ihr es schon vergessen habt ich bin ein devil archer und ich bin nun im team von hönig d auch einer der administratoren und es ist jetzt ein monat her dass ich zuletzt dieses projekt hier aufgenommen habe aber vielleicht ist natürlich kaum zeit vergangen aber er jetzt wird ich nah dran bin dass meine parts mehr ausgehen möchte ich noch mal kurz gucken was ich mir jetzt angepastelt habe und hat den petal alles klar ich glaube wir waren auf dem weg wieder eine unterbrechung direkt zum stadt in einer neuen aufnahmesession toll ja heizmaul nein dann laufen die seite wie die stadt gehen wo er dann in die bibliothek gehen und die nächste arena hier ist ein abschnitt wo man helfen muss da ist ein trainer natürlich herausfordern dann müssen wir gegen diesen wie man kämpfen ja in der raussetzung von truso kaputt ich glaube das sieht so aus dass wir trotz dass er ein spezialtraining karten immer noch an der land sind wirklich nur an herrnow eine chance hat gegen die trainer zu bestehen fahrt die anderen haben auch chancen aber nur wenn sie im typen vorteil sind relaxo da werde ich drinnen bleiben und auf nahe kampf zu greifen das hat eine menge kp wie man merkt die gehe ich sehr langsam runter aber er gibt erstaunlicherweise wenig erfahrungspunkte was allerdings auch daran gehen könnte dass es ein einzeln pokémon ist also keine höchstentwicklung hat pokémon mit einer höchstentwicklung in der höchstentwicklung geben mehr erfahrung als pokémon die einzeln kämpfer sind da war mir doch von den sie wackelt dass sie sich im weg nicht wickeln ein level up aktiv möchte also tun wir eher den gefallen und besiegt das tor hey du das angriff plus drei verteidigung und dieser angler typ auch ein tor hey du er ist alles mit dem was wir kriegen können anfang so weit besiegt ja alles da liegt noch ein item das möchte ich mir zuerst von der feucht gegen die tränen an kämpfe geht aus dem weg ein hyper trunk angenommen der frischen luft macht einfach so viel spaß da schreit ich bin ich dabei ich muss einfach schreien ein so war aus aus wachverein was heißt um hat das eine schwäche gegenüber kampf kampf vor die Fresse aber auch streiten ab macht jetzt nicht zu viel damit stahl es nicht effektiv ist und wer das damit gerechnet dass wir auf dem fernsten pokémon wechseln also ja die ki der trainer sind die platin durchaus alle ab es da gehen wir doch mal auf rose drüber sagt erstes ziel orta oder wort hat die kräfte die kräfte das Wasserstein es ist nicht leicht bei sich das ist nur wasser nassschweif ja stimmt ich musste Giga-Sorge wegnehmen für den Schneider das wird nicht so schön aber musste sein scheint aber wir sind schnell gekommen uns zwei hintereinander anzugreifen das ist auch gut das akzeptiere ich eigentlich hätte ich der cannabis Giga-Sorge behalten müssen aber naja das sagt sich mal Ufo-Eye Stimmt ich hatte jetzt ich erinnere mich dann machen wir erst mal Donnerwelle aber wir sind sogar schon schneller aber ich hab doch bitte zu schnell also noch mal schneller als es wer sowieso schon war naja ich möchte Schwächen Schwächen Ladungstoß einfach das hat erreicht echt was das ist wie so langsam ist denn hätte ich es direkt angegriffen ja so ist es halt ja ja es weiß in keiner was warst du denn so als Teammitglieder Kappadors das war Sandtoren interessant weil ich sagt interessant dann finde ich es nicht interessant ich greife jetzt einfach mit Nuckeplauern ist neutral eigentlich könnte Volltreffer haben tut es aber nicht ja okay dann hat er solche die man solche wasser pokémon die mit in den Elementen verbunden sind eventuell vielleicht kommt jetzt ähm Morloth Welsa 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 ist halt kann Erdbeben auf jeden Fall aber ist glaube ich auch von Typ Elektro Mal schauen ja ich die kennen die ganzen also den Haupttyp kenne ich auf jeden Fall von den ganzen Pokémons aber den zweiten muss ich manchmal graben aber Welsa äh denke ich mal auch Wasser Elektro Citral Peng ah ist natürlich jetzt blöd hm ja ich gehe auf Chris was was hat Brache ähm erst mal Schlitzen er lag könnte wir sparen weil ich bin noch nicht unter die Hälfte der AKP Schlitze können im Volltreffer hervorheben sehr schön sehr schön und jetzt noch ein daher das geht nicht lust für Citral Peng beng u ähm ähm damit habe ich jetzt nicht rein ich hab eigentlich alles mal wieder Wettemensch machen ja gut dann kriegen wir nochmal auf Schlitzen und hoffen nochmal auf den Volltreffer dann ist das Geschichte ja kann nix fangen hab ja einfach kein Glück ja aber dafür hast du verdammte Pokémon da dir lieber Freund ähm ähm war ich zufällig einen Trank äh ein paar Trank ne passt eigentlich noch bis und sind das ist das ist du hier die alles die aber vielleicht auch mal die Ton und die Polizei von ja 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 drei Angriffe und drei Verteidigungen Magne Sonne wie ich vermutet habe welche Punkte bräuchten als nächstes quasi in der Arena Panfermo auf jeden Fall Oaklet's Kanone kann viel Damage machen ist sehr stark das will mich auch besiegt eine geringe Neuigkeit aber die reicht hier anscheinend aus ähm die aber das reicht und tut es nicht aber die Verteidigung sinkt das ist auch nein und nochmals nochmal dass ich meine Pokémon so viel Speed besitzen ich glaube ich könnte versuchen Magneton mit erdbeeren zu greifen denn das ist ja nicht unbedingt gesagt dass er Schwebe hat deswegen versuche ich es einfach mal außer setzt außer setzt so es ist nicht effektiv aber wir können ja noch einmal ein Magnet treffer ein Magnet treffer voll treffer aber was ist das denn so wenig Mensch an mir ne das hat eben Gyrop eingesetzt ne aaaa Magneton na gut dann machen wir es halt jetzt das eigenes Magneton richten mit Magnet Bombe oh und nochmal ja ja jetzt ruhig nochmal Magnetflug ein bum 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 ja Magnet 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 und die kann ich weiter Kurser Gewinner wie so kann ich so hören das Klang meiner Gitarre das Kling Klang 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 eine Frage wäre Perville okay die Pernick diese die mir mal und das andere ja dann aber naja die los und wirklich ladungsstoß halt spiegelweil wird los angebung noch ein bisschen kurz bevor wir zu bekommen fälle wir haben uns lang nicht gesehen aber jetzt sage ich sage nicht du weißt ja ich bin ich bin der fahrzeichen der fahrzeichen aber es hat mich gewinnt zu aktualisieren und meine institution sagt mir dass ich die gleiche treffen würde geht sie mir bitte kommt dann projekte sehen die seite die neue software das entstand er auf den stand ich jetzt auch bei bei die edition ja auch mal vorbeischauen wenn ihr wollt weil da habe ich jetzt bekommen dass ich hier ist der tanken verlerner oder ich muss auf jeden fall ins funk center du bist der tanken verlerner sehr schön sehr schön ich bin gerade überlegen natürlich ob ich zerschneider machen lassen ich bin gerade überlegen konzenten und heilen uns so ich bin gedreht kommen wir wieder ja das heißt wir speichern jetzt erstmal und werden auch gleich den part wir geraten gleich in eine längere zwischenzequenz und dann werde ich den part zu weit überschreiten also bis zum nächsten mal oder kommt dass die arena noch mal sehen ciao